um was das da oben das ist ein Brücker warte ich muss jetzt mal kurz ok Pflänzchen, das sieht aus wie digitales Zeug, wie ist das? Fingerhut aha ist es mal also wir sind Wölfe warte, hast du das schon gesehen? ne ich hoß ach da du klopst dich ja lieber ey die kommen im Rudel nein warte ich will nicht sterben aber mich ignorieren die warte jetzt nicht oh Alter sind die stark alter ja sag ich doch gib ihm gib ihm gib ihm da ist die Ausdauer weg hau ab du Wolf krepel komm da da kriegts oh der andere von hinten die feige Ratte oh scheiß ich bin gleich tot mach keinen scheiß ja man ich renne nochmal zurück oh hat er mich erwischt oh der kommt oh scheißen Dreck was machen wir nun? nur zurück ey wir wollten dicke Pelze und Felle und überhaupt Leder ohne Ente uah na komm einer den mach ich kalt einen muss ich wenigstens kalt machen hier oh ey der rennt doch auch weiter da ja so jetzt hab ich ein bisschen Pelz in den Droschen jetzt kriegt er seine Sänger des Lebens Drescher seines Lebens kriegt der Drosche hier ja ich bin gleich noch damals nein mein Außer boah hat mich ein bisschen beiß da ein Stein der Ochser ohne dein Kumpel bist du nichts ach so Wolfsfell Wolfsfell krass Samen brauch ich nicht Fell schön 13 Wolfsfell das hat sich gelohnt jetzt muss ich erstmal was essen ja ich muss erstmal erstmal einfach reichen echt ich hab's erwischt ja ach da seh ich dich da ist der blöde Wolf den mach ich kalt oh ich muss mir erstmal regenerieren Skorpion auch nur gut dass du dort so ne Decke hingelegt hast jaja damit weg nein Sportfreund du bleibst hier dich zieh ich ab hä da ist er 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 das ist er komm schon da nimm nimm ich geb gern da ist er da ist er jetzt hat er mich ausgetrickst da ist er da ist er da ist er bringen eigentlich so schön 27 Wolfsfälle hab ich schon. Ja, das Viehzeug ist dumm eigentlich. Da müssen wir irgendwie immer ein bisschen um irgendwelche Gegenstände drum herum locken. Dann... ... hast du auch gute Chancen. Äh, ich warte mal hier auf dich. Soho. Ah, WB. Ich bin zurück. So, Otto. Weißt du, was ich mir überlegt hab? Ne. Gehen wir mal Bierchen trinken. Von der Spende. Gehen wir mal Bierchen trinken. Ah, das ist eine gute Idee, ja. Ich weiß auch... Machen wir. Ne, keine Bots, Alter. Wie, Bots? Ne, Taki schreibt gerade. Ich sage welchen Zuschauern. Da vorne ist der Wolf. Oh. Willst du ihn übernehmen, oder soll ich? Na, warte. Ich... 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 ich schieß mal an. Okay. Na, da geht weg. Da bin wir dran vorbei. Warte mal, ich muss noch meine... kurz noch was... in die Schnellzugriffsleisten legen. Mhm. Äh... wo sind meine Bären? Wo sind meine Bären? Wo sind meine Bären? Und allem drum und dran. Ne, das... Muss ich heute nie noch mal haben. So... Jo, Mann. Gehen wir mal Mordmänner-Schnetzeln. Oder... Dicke Fiecher. Guck mal, das ist ein Hirsch, Alter. Oh, geil. Wär's fernig, Alter. Mit rechts... Oh, ne, der... Äh, da ist noch ein anderer. Ach, den. Oh, alter weg. Ja. Da kämen wir dran vorbei. Geschickt. Aber eigentlich sind wir hier, um solche Fiecher umzubringen. Gut, mit Totenkopf nicht, aber... Ja, mit Totenkopf ich auch nicht. Mhm. Bist du bei mir? Ja, sehr schön. Was ist mit dem herrscht dort? Hat der Totenkopf? Warte, ich teste mal. Ne, wahrscheinlich nicht. Ne. Okay. Oh, der ist ja. Der ist dankbar. Mhm. Schlachtet zu werden. Der freut sich. Weidmannsheil meiner. Mhm. Der spinnt. Ja. Oh, der Clown soll ich... Oder BSE hat er. Wie ist das? Da ist gleich hinüber. Oh. Ach. Na, jetzt haben wir auch los. Ja, schön. Na, ein leichtes Alter. Na. Warte, ich guck mal. Irgendwo hab ich hier Stimmen gehört. Fell. Wer ist bei euch? Fell und schmackhaftes Fleisch hat er. Feinst Nerschbraten. Okay. Lecker. Das ist nämlich die Hirschkuh hier. Die Hirschkuh? Du Hirschkuh. Die rennt weg. Scheiße. Gibt's? Ja. Ja, die rennt weg. Irgendwas knort hier schon wieder. Oh, alter. Das... Dummes Vieh, ja. Oh, du schießt den Arsch. Zack. Ey, du hast mich getroffen, alter. Echt? Scheiße, sorry. Also, ich... Ich versuch von der Seite. Das ist nicht gut. Oh, wieder springt. Ja. Weil jetzt... sieht's so mauer aus mit meinem Jelen. Du hast mich wieder getroffen. Nein. Diesmal nicht. Aber woher krieg ich denn Schaden? Oder ist das das Blut von Moll, was verspritzt? Ja. So, wir nimm du mal. Okay. Ich mach überhaupt keinen Schaden. Auf Gott. Jetzt auf. So, Gott. Ja. Du bist wirklich auf Kopf, auf Kopf Ziel, ja. Also, das... Also, geil. Ja. Gib mir dein Fell. Du Stück. Okay. So, jetzt mal gucken, wo wir hin müssen. Äh, müssen. Bisschen mehr nach links. Äh, nach rechts. Da. Obwohl es... Äh, steht da vorne noch ne Tussi? Ja, doch. Da läuft einer. Ja. Da ist so ein scheiß Wolf. Der Wolfsfrau. Warte, ich schieße an. Äh, ich hab's jetzt... Oh, die ist Gold. Was hat denn die? Gold? Oh. Siehste das? Sie hat nen gelben Rand um ihr Helfanzeige. Achso. Vielleicht wart ihr ja gut. Alter Wolf. Ist doch zu der hinten oben. Ja. Meinst du, die war gutmütig? Oh, hier kann ich Wasser holen. Ich brauch mal Wasser. Ich... Ich hab nicht geschossen. Ich war's nicht. Matze war's. Das sind mehrere. Da am Wasser steht noch welche. Äh, jetzt hab ich irgendwie ne Peilung gemacht. Achso, dort. Ja, im Wasser stehen noch ein paar. Drei Mann oder so. Ja, ich kann mit meinem halben Leben nicht mehr zu ihr. Hast du nischt zum Heilen? Ja, nur Bienen und Maden. Ja, ich hab noch 34 Beeren ganz da. Ja. Da... Die kloppt sich doch mit dem Wolf. Hörst du's? Ja, ja. Ja, warte. Wo? Ach, da. Danke. Wo ist er? Wo ist denn sie jetzt? Hier um der Ecke wahrscheinlich gleich. Oh, Alter! Hä? Ist der bescheuert? Wieso greift er mich an, der blöde Beuge? Ey, gerade hochgeheil, du. Das dumme Vieh. Und hat mir Blutungsschaden verpasst. Mit Bienenhüft. Oh, jetzt hab ich's geteilt. Warte. Scheiße. Ich blute, ich blute! Was? Oh, jetzt hab ich's noch mal erlischt, das Dreckvieh. Komm, mit der letzten Ausdauer schaffst das! Oh ne! Oh, Mist! Ich glaube die Waffen sind noch zu schwache für das Viehzeuge. Das ist irgendwie. Oder zu wenig Stärke, es gilt. Oder kann ich das reißen? Ich probier mal dieses Dönerfleisch, wie du es nennst. Achso ja, du kannst ja roh essen. Hoffe ich. Ich guck mal zu der Püppi hier vorne im Wasser. Die ist aber da nackig, da guckst du da drauf. Der FKK, weißt du? Der Spanner vom FKK-Strand. Oh ne, die kommen. Die sieht bei mir nicht nackig aus, die hat ein riesen Schild, alter. Und hör mal auf den Kopf. Oh ja. Kommt doch. Und der Typ kommt mit. Der hat ein geiles Schild. Hm. Ich bin extrem eingeschlagen. Ich auch. Ich hau ab. Äh. Lass mich in Ruhe. Ich hab nichts gemacht. Achso. Äh. Ne. Weg. Der Spinner. Hat's auf mich abgesehen. Wo ist er hin? Hat sich in Luft aufgelöst? Ach ne. Die haben dich immer noch im Visier. Aber ich komm mit. Übernehm den Typen. Oh, ich muss weg. Mit das Leben 3. Ja komm, nimm Bruder. Ja, wir sind noch mehr Wölfe, meinte. Wir müssen hier weg, alter. Das ist ein bisschen zu schwach dafür. Ja, der hat aufs Schild gehauen. Der Pammer. Sehr gut. Ja, ich bin grad mit in nem Kampf. Oh, ey. Wo sind die Wölfe hergekommen? Und da kriegt das nur noch Sänger. Den geb ich jetzt nicht wieder her. Oh, die 2 sind nicht dabei. Ey, hat er sich wieder erholt? Ne, fast. Du kannst mal die Wölfe weglocken. So, der Typ ist lang. Den hab ich lang gemacht. Wenn ich hier ins Wasser riege, dann kommen die Wölfe bestimmt nicht hinterher. Kann sein. Hehehe. Hahaha. Oh, ey. Ich bin überlastet. Oder sowas. Jetzt kämpft der hier gegen die Wölfe? Ne. Schön. Könnt dich denn in eure Kiste klauen jetzt gerade? Hehehe. Mach ich auch. Oh ne. Wenn die einen haben. Die haben keine. Ich muss ein bisschen rumrennen. Oh, die haben den ja nur weggeschnitzelt. Das ist gut. So verpasst du den Wölfe eh, ne? Wieder mit den Ohren fackelt, das dumme Vieh. Alter. Herrlich. Oh. Ja. Kümmert euch. Nein. Du hast doch gerade den Wolf am Wickel, Alter. Lass mich in Ruhe. Ey. Alter, dieser Drecks Wolf. Oh, ey. Der hat ne Panther Trophäe. Die brauch ich. Die hole ich mir. Krieg nicht mehr weg. Krieg nicht mehr ab. Los. Das Viehzeug. Komm ins Wasser. Ich schwimm da rüber. Ich hab ne Panther Trophäe, Alter. Cool. Ja man. Schön. Hundenregal. So, jetzt klappt sich die Tussi mit nem Wolf. Das ist gut. Ich heile mich auch. Wollen wir mal, äh, Lagerfeuer, aber ich hab ein bisschen Fleisch zu essen. Okay. Ein Steg. Also zwei plus. Das ist ein Stein. Ja komm hier rüber. Ey, die haben die Tussi-Tor, die macht andere. Die scheiß Wölfe. Jetzt komm wir holen die. Also ich, ich, äh, loote die. Ich hole die Wölfe her und... Weißt du wie? Mhm. Ich loge die Wölfe an. Und dann wird er ins Wasser und dann... Genau was er machen muss. Oh, die laufen weg. Perfekt. Cool. Geht weiter. Geht weiter. Guck'n was er hat. Oh, kannst du nehmen. Was hat's da denn? Eine Spitzhacke, Fell und Metall und so Zeugs. Ne, dicke haut er die. Echt? Ja, aber... Ne, das ist Elefantenhauter. Ja, das ist doch, glaub ich, dickes. So, ja, also Elefantenhaut nicht unbedingt drauf. Ist das Stahl? Das ist Eisen, ne? Ich guck einfach. Bärenfell war's. Okay. Okay. Also wird uns wahrscheinlich auch noch Bär erwarten irgendwann. Echt? Ich hab'n Stahlborn. Echt? Ich hab'n Stahlborn, Junge. Und ne Stahlpickel. Echt? Oh, Alter. Ja. Die Glückspilz. Ich hab'n Langschwert gekriegt von dem Typen. Echt? Hm. Naja, das ist das Zweihändige. Kann ich's haben? Kriegst du die Stahlpickel? Nö. Und Stahlbornpapier aus? Nö. Das macht 27 Schaden, Alter. Du kannst deine Pickel behalten. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Es wird aufgeschrieben. So. Das hab' ich mir hart erkämpft, Alter. Ja, stimmt. Fast. Aber nutze's auch. Nutze's auch. Du kommst doch nicht klar mit zwei Handwaffen. Hab' ich doch von letztens schon gesehen mit dem Gardana. Nutze's auch. Natürlich nutze ich's. Ich bin bloß gerade etwas angeschlagen. Sonst würd' ich's ja schon mal ausrüsten. Um halb Leben. Ja. Wir wollten ja hierher, um ein Viehzeug zu töten. Wir sind immer noch nicht im... Ey da oben. Ich bin zu schwach, Matze. Das ist das Problem. Achso. Guck mal, du hast ja eine vergessen. Wen? Na ja, die Dante. Da ist nix bei mir. Doch. Nee. Ich seh' nichts. Richtig. Doch, ich seh' Loot, Alter. Naja, deswegen sag' ich doch. Nimm du doch. Äh. Ja, das darf ich ne, den Schrott. Ja, ja, ja. Ich flexiere mich. Siehste? Wollen wir noch mal seh' ne... Ey, was ist das für ein Pfeil? Elfenbein Pfeil, cool. Neh' ich. Das spät. Was ist das für ein Ding? Was ist das? Handschuhe. Kristall? Warte, ich gucke. Kletterhandschuhe. Aha haben wir Info. Wahrscheinlich zum Klettern... Die Fähigkeit zu klettern zum Beispiel, um die steilsten Nägel zu bezwingen oder allein mit den Fingernägel im Plein zu verspringen, so ist es möglich, wenn ich mal barra abschicken kann. Ausdauer 99, passive Ausdauerregeneration, Ausdauerbonus durch Mut, Nahkampf, Fernwaffen, verteidigen passive Gesundheitsregeneration. Warte ich mal, 15 Schaden, die die Elfenbeinpfeile. Vitalität. 9, ok. Trockenes Holz. Ofenfertiges Holz. Ok, das muss doch noch trocknen dann, wenn die hier was baust wahrscheinlich. Wie sieht's aus gesundheitstechnisch? Ähm, na, ja, mäßig. Wolltest du nicht Fleisch braten? Äh, nö, alles gut. Ok. Gibt's hier auch solche, ach, hier gibt's andere Beeren, ne? Hochlandbeeren gibt's hier. Aha. Schön. Arbeitsbienen hab ich erfunden. Die schmecken mir am liebsten, am besten. Hochlandbeeren. Falsche Alraunala, was ist das? Wo? Die Zutat. Die griecht los am Peaks. Mhm. Ich hab, ich hab Harry Potter geguckt, jemals. Achso. Ja. Und nur bei Vollmond. Ich hab nochmal falsche Alraune gekriegt. So. Jetzt. Nein! Bleib doch stehen! So, bleib doch stehen! Äh. Wer wartet? War ja klar. Ja. Wir haben den Felsen. Locken. Äh, hast du jetzt gerade Prank gekriegt eigentlich? Ja. Kannst du mir den mal kurz geben? Ich nehm den zurück. Ich schmeiß mal kurz raus. Ja, warte. Wieso? Was willst du damit? Ähm. Ähm. Krieg ich nen Erfolg. Achso. Also nicht nen Erfolg, aber äh, erste Quest. Und ich? Ja, kriegst du ja bitte. Achso. Ich hab auch nichts gekriegt, glaub ich, oder? Also man besteht einen Trankgeschäft irgendwie. Achso. Könnte der sein. Ich schmeiß den mal hin. Und dann... Ja. Kannst du mal aufheben und gucken. Ja. 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 Drück mich nicht, Otto. Ja, drück mich nicht. Ja, drück mich nicht. Ne. Also, äh, warte, ich hab nicht noch nen Platz im Moment. Doch. Haha. Und gleich ne Stufe aufgestiegen. Echt? Ja. Zeig her. Ja, Chris Klerwüter. Bitte sehr. Danke. Ne, wahrscheinlich hab ich schon mal nen Trank aufgesammelt. Ja. So, ich mach alles auf Stärke erstmal, glaub ich. Also ziemlich viel auf Stärke. Na, ich weiß es nicht. Ja. Es fehler halt Vitalität. Schaden, das macht das... Weil ich brauch diese passive Gesundheitsregeneration. Es... Es nervt mich, dass ich ja andauernd... Permanent... So könnte ich jetzt laufen und immer schön... Ja. Regenerieren. Komm lass uns mal dahinter, he? Hier in die Berge. Sieht krass aus. Ich probier mal die Hochlandbären, wie diese sind. Hm. Der Verkoster. Find ich gut. So, die Bären von dem... Von der falschen Eurone machen. Farbstoff. Mhm. Hochlandbären. Ich probier dann auch mal ne Hochlandbäre. Ja, geht gut, he? Hochlandbäre, glaub ich. Ja, 20... Die heilt... Die heilt ordentlich. Nicht an 20... Äh... Quatsch... 17. Mhm. 17 HP. Da vorne stelle ich auch ne Tussi. Da ist ein Bär, glaub ich. Oh, was denn da ist ein Stein? Da ist kein Problem. Was? Ich Packe im Stein. Sah aber vom Weitun aus wie so ein Bär da hat mich angeguckt. Äh. Was denn jetzt, alter? Ach, die… die Trella hat uns entdeckt. E ich weiß nicht die da die warte, die mach ich halt huch, sie stöhnt ne warte, die wird mir alter ich mach sie nur die ist golden alter und äh bitte danke die ist gar nicht so ok ich hab ein panda trophäe ne kappe und die hat ein schönes schwert, guck mal ne terkumpel die kannst du nehmen stahlpumpel, was hatten die noch was ist denn das ein glas so, den nächsten goldenen kannst du kriegen das ist zwei große langschwerter jetzt ne ich glaube das ist ein kurzes oma das ist ein einlandwaffe ein kärbelstahlschwert wieso kann ich es nicht achso, weil ich es in der hand habe wahrscheinlich ok es ist auch fast kaputt das hebe ich mal auf das muss ich reparieren oh mein metallschwert ist aber auch fast kaputt alter scheiße wieviel schaden macht eigentlich mit der axt 19 ich glaube daran wird es scheitern weil die waffe kaputt ist so, dann muss ich dann das langschwert nehmen aber das wird wohl auch schon fast naja, es hält noch ein bisschen glaube ich steht da was? ne was ist das? achso, noch ein stumpf oder wo wollen wir hin? äh immer dem nasernach weiss nicht da oben wird es gleich kalt wo bist du? warum mal ins schneegabiet ins schneegabiet nur mal kurz hinriesen ja dann müssen wir wieder zurück laufen drum eben wo bist du hin? ähm runtergesprungen, gerade ausgelaufen ok, also irgendwie bist du bei mir noch in der nähe laut karte ja jetzt passt doch wieder jetzt bist du bei mir auch in der nähe du bist aber warte, ich komm zu dir da bist du, hallo ok, cool was ist das da vorne? ach, ein großer Stein das ist noch ne Tussi, Alter hol sie dir die sind vielleicht die waren nicht so stark fand ich dafür dass es was goldenes war ich weiß nicht was das bedeutet alter 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 was ist das? was ja mach was das ist auch die da ja mach sie fertig du musst nachher mal herkommen, Alter hier steht ein übelstes Vieh äh, schießt die auf mich? was ist das, Alter? was ist das, Alter? Junge! da fällst du vom Glauben ab, wenn du den siehst warte ist die auch golden? ja gut das ist wahrscheinlich ja so so üblich soll ich dir helfen? ja ich bin's ich hab grad gefragt wer da ist hm it's me Mario ja so ist ja auch was hat sie? ja warte ja weiter das Werkzeugverbesserungskit aha Stalpern reisenpfeile holzbräunig trockenes brauchen wir trockenes holz? ne ich guck mal Knochenmehl 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 ist gut ja das brauchst du für für pflanzen also um was anzupflanzen Werkzeugverbesserungskit damit machst du nur das Werkzeug besser also geht die Waffe gut ja schade trotzdem nicht komm da mal runter alter komm da mal runter warte ich komm das musst du dir reinziehen ach ihr so Gru ich bin Gru hast du den gesehen alter? ich bin Gru ja willst du da mal hin? wollen wir Betten bauen und mal hingucken losbegucken äh ich muss erstmal bisschen leveln äh quatsch ein bisschen heilen was essen ja ich baue mal ein Bett ich hab auch ne Brander Trophäe schön eigentlich ziehts mich dann langsam immer nach Hause bevor wir alles verlieren was wir ja haben ja ja würd ich auch sagen das hier ist wie Waldschrat mhm da hinten ist ein großer Elch mit totkopp hier kann ich es nicht platzieren ich kann es ja nicht platzieren ah hier mitten in der Pampa ok hier gehts oh jetzt ist es dunkel er macht nichts oder? das ist viel bis jetzt noch nicht schläft jetzt kommst er hat mich entdeckt er ist ungeschmeidig der Porsche der Schrotz der Schrotz der Schrotz